Will ich dies denn kein Aus? Scheisse, will ich... Jetzt sollten wir uns steh schon sehen. Wie geht es denn irre, der... Das habe ich jetzt wieder vergessen. Ach, heute ist der nicht verdammte Tag gescheiße und ich kann nicht synchronisieren. Du, du, du! Du, du, du Kuchenkäschli, du Böre, du Hibosch, du Giggel! Stimmt schon, da muss ich dir recht geben. Es ist scheiße! Scheiss-Schwarzhandel! Handel, Händel, Scheiße. Da muss ich dir recht geben. Albi! Du, du Kuchenkäschli, du Böre! Nein, Albi, komm auf die dunkle Seite! Ich weiß jetzt nicht, was ich reden soll, aber... Du, du Kuchenkäschli, du Gauer! Wie hast du das gerade gemacht? Scheiße! Du Lederstuhl! Es ist nicht leicht, wie einem Land, wie Österreich, wie einem Land, wie Österreich, wie einem Land. Stimmt schon, da muss ich dir recht geben. Es ist nicht leicht, wenn man seine Synchro versaut und nicht im... Du Kuchenkäschli, du Kuchenkäschli! Krass! Nein, stopp, stopp! Du Lederstuhl! Schraubenslächt! Kuchenkäschli! Stimmt schon, da muss ich dir recht geben. Es ist nicht einfach in einem Land wie Österreich. Ende, Ende, aus! Aus! Halte mal, John. Nein, das kommt zuerst. Du Körbiskopf! Lederstuhl! Es gehört in... Das war zu früh. Am Radee, das ist einfach nicht zu glauben, John. Ich werde das Bild jetzt hinmachen. Ich habe im Angebot ein Nuckelnuggen neues Nahrad. Ein wunderschönes... Was? Ein schönes Hemd von meinem letzten Neugausflug. Sie kriegen es. Ich habe genuschelt. Und ich kriege jetzt ein Bild. Jeder Tag und jede Nacht, du Schlafzökel! Ein Hemd von meinem letzten Neugausflug. Es gehört Ihnen. Okay, das war ohne Akzent. Für ein Bild. Für ein Bild, habe ich gesagt. Das sagt das zu früh. Freddy, schleicht dich. Ein wunderschönes Hemd von meinem letzten Neugausflug. Nein, das war wieder monoton. Lesen Sie etwas gescheit. Nein, fangen Sie etwas mit Ihrem Leben an. Alles andere ist Torheit. Ah, ein wunderschönes Hemd von meinem letzten Neugausflug. Ah, ein wunderschönes Hemd von meinem Petter. Der Mann, der sich Diktatoren hat, macht keine Angst vor meinem... Ah, ich muss auch so schreien. Okay, nochmal. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass du aufgenommen hast. Warte. Ein Geld? Ah, scheiße. Jetzt habe ich... Wie, was du... Ich denke, ich möchte... Ach Gott, zu spät, zu spät. Mach die Spur oben aus. Okay. Scheiß Zeit. Kein Aktion. Du hast recht, John. Dieser Scheiße hat uns betrogen. Nein, ach... Warum sollte... Ach. Okay, war schlecht. Ach Gott. Das schaut aber auch nirgends nicht... Ach Gott. Was? Es sieht aber nicht aus wie ein alter Mann. Okay, überhaupt nicht. Was macht die Familie? Scheiß. Ja, kein Scherz. Nein. Was macht die Familie? Ach Gott. Mach mal. Voll nix. Was? Was? Fäll. Warum soll... Scheiße. Was? Was? Ich schaue gerade sehr sexuell aus. Warum sollte ein Tier Kleider tragen? Scheiße. Das hört sich so... Das passt überhaupt nicht dazu. Verdammt. Ein Tier? Warum sollten Tiere Kleider tragen? Das ist eindeutig. Die schlechteste Synchro, die ich je gehört habe. Ende. Du bist dumm und dumm. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Deine Mutter.